so weil es hier keine keine holzlatten gibt die man die hand nehmen kann ich glaube ich kann deine versandstation aber nicht aufmachen das mache ich dann auch ja da ist aber die andere vitrine drin ich bin eine vitrine ich mache es doch gleich aber erst mal spiele ich noch mal in kuhnippeln das beruhigt mich jetzt was denn dass du nach den kuhnippeln rumspielst ja an meinen spielst du ja nicht also ich habe noch samen aufgehoben die müssen noch weg hier sonnenblümchen weg damit alles schmeißt er weg was wollte ich jetzt ach ja genau da müssen stoff raus ja genau hier dankeschön da kann ich den im schalte dort hat er sollst du da so einer ja damit war es mir fehlt jetzt noch geld für genau eine scheiße das war jetzt die teurere die noch fehlt oder genau natürlich wo hier ist eine bienenkönigin aus und weise habe ich hier mal mitgenommen und ein schmetter fink da oben und hier ist eine fliege noch fliegerl flieg zum 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 bischen zum herum ohne stock und über stock und übersteigen hatte ich auch gerade im kopf warum auch immer das weiß ich nicht wo das schnecke so dann lassen wir hier eins frei 1 2 3 1 2 3 lass ich frei so ok oder fehlt ein fenster ja da fehlen nur zwei fenster die haben wir noch nicht freigeschalten die haben wir noch nicht freigeschalten ja ich verstehe ich darum jetzt warte mal ich kann doch nicht wort du weißt wie ungeduldig ich bin ja ja ich muss jetzt kurz gucken was ich für die sonnenblumen war der was was habe ich jetzt hier besser dich hier bekommen 1638 schaue ich mal was sie vorne bekommen beim sofort verkaufen haben wir eigentlich guten morgen sagt das weiß ich nicht irgendwie alles ein bisschen komisch heute ich wache auf ohne seine eichel guckst mich gar nicht an habe ich dir was getan so wie kommst du denn da drauf du achtest mich heute nicht ich versuche das blöde museum endlich fertig zu bringen also also das museum wichtiger als ich ja jetzt ausnahmsweise schon weil ich will diese quest endlich weg haben die geht mir ein bisschen auf den keks du vor allem weil ich halt weiß dass man mit den dingen die man da rausbekommen kann big money machen kann ja das stimmt schon aber solange die das bloß auf den keks geht und nicht auf den jack dann alles gut geht ja alles noch ja da gehe ich nämlich nur ich oh mensch was willst du mir doch mehr jetzt voll drauf aber da ist mir egal ob ich habe den scheiß ist völlig ich glaube das war es dann auch ich hoffe dass wir auch zeit ja dann fängt er an irgendwelche dinge haben so wollen die man dann ausstellt aber ich hoffe nicht dass dein ding in den ausgestellt wird ja wo es wo es wollen da so eine freie hand so fantastisch großartig ein absolutes wunderwerk weiß es noch nicht offensichtlich war das sind meine eindrücke beim anblick unseres neuen museums ich kann meinen dank nicht gebühren zum ausdruck bringen zuerst hast du mir meine menschliche form zurückgegeben und dann war ich nicht nein das war ich kann sagen ich war's nicht dann errichtest du mir zu ehren ein museum ich bin überwältigt wahrlich bitte nimm dies für deine mühe na toll gibt es immer so ein beschissenes fossil mit etwas glück findest du welche bla 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 oh ja fossilien polierer juhu weißt du interessante sammlungstücke findest solltest du wieder bei mir vorbeischauen du kannst sie auch in der vitrine ausstellen ich kann es kann man warten dass du unsere insekten sammlung vergrößt ist okay darf ich jetzt auch noch mal mit isabel du hässliche komische blaue gnome ja 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 okay ja 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 ein eglifossil polierer noch mal ein geiler können wir ja doppelt und dreifach polieren ja ich würde aber ganz gerne erst mal anderes hilfe bleib hier nein ich gehe nach hause und stell den fossilien polierer auf ja außerdem muss ich meine eichel erst holen dann damit du sie polieren kann ich sag jetzt nicht dass du die nicht dabei hattest doch habe ich schon aber die ist im inventar ganz weit unten gewesen jetzt so wo hast du deine polierer jetzt hingestellt auch da ich habe mein jetzt da hingestellt stell deinen rückalter hinten noch mit hin das war jetzt meine leere hand weil ich habe gesagt du willst polieren auf hochglanz polieren okay ich hoffe es hat dir gefallen wir haben bereits 435 fossile doch so wenig ich habe ja auch noch welche in der tasche in der hand ja so die hast du mir noch was wie viele hast du denn ja war noch vier jetzt macht dann mal meine schöne dinge kaputt okay also ich schmeiß vor dich und du nimmst ich hab dein ding noch nicht kaputt gemacht ich habe noch einen haufen später noch verkaufen muss eigentlich schmeiß rein in deine maschine mit links klick die geld druckmaschine jetzt geht's los aber wir haben keine spezielle hier das erste dinosaurier teil ein flügel ich habe kein flügel ich habe irgendetwas anderes tun durch den kopf vom dino ich habe mosasaurier ich noch nicht und meine tasche ist ja immer noch voll verdammt äh wieso habe ich jetzt so ich habe eine mosasaurier mensch das erste mal kann dass ich weiß wer was ein mosasaurier ist was ist denn ein mosasaurier dieser wasser dinosaurier was haben wir da ein t-rex schwanz das ist schön ich habe bei mir hat es irgendwie immer noch nicht ich habe den neu reingesteckt unterkörper vom triceratops oh ich habe einen mammut nein so ich die dinge wieder rausgenommen ja mensch jetzt können wir money machen du money 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 ich kriege da nicht raus du das ist das nervt mich so ein bisschen ich habe einen veliziraptor was will der raptor veliziraptor habe ich gehört von dir alter schmuck mensch jetzt geht's los oh ich habe bernstein ja ich habe mal den schmuck gefunden und alles was dann schon doppelt ist kann man dann nämlich verkaufen ich habe mich noch mal wieder ins wasser gehen du oh was ist denn das stegosaurus ein t-rex körper habe ich jetzt auch noch da stehen das ist gut warte den nehme ich gleich ja weil ich habe den ich habe den popo schon ich habe einen geheimnisvollen fußabdruck und das ist aber nicht mal einer gewesen hier ist noch ein mosaurier unterkörper oh sehr gut da habe ich nämlich schon den oberkörper ein ammonit na genau scheiß mich voll mit deinem zeug aber du machst es doch wenn ich was denn das flüge vom pla irgendwas ding bums 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 also ich habe peter pteranodon flügel aber ich weiß es nicht ob das der linke oder der rechte ist aber der rechte und plesiosaurus schwanz haben wir jetzt auch noch da liegen okay mensch oder ich bei wd wieder raus gekommen du das ist ja das plesiosauroskop ein unbekanntes eier hier ist aber nicht da eins oder ja hast du recht ich kann deine eier ja hatte ich gedacht ich habe noch ein bernstein siehst du da haben wir nämlich schon die ersten sachen dann doppelt ich nehme ich schon gut ich habe ja einen schwanz schwanz und stegosaurus unterkörper haben wir den schwanz schon gehabt stegosaurus ja ich glaube schon ich glaube also bin ich nicht was du ist ja du bist was du ist und ihr wisst was das ist was ist dein teil in ammonit ammonit okay jetzt pass auf wir brauchen jetzt die ceratops ich brauche jetzt den t-rex körper und dann brauche ich noch ein t-rex schwanz im prinzip plesiosaurus t-rex schwanz perfekt dann ist der erste fußabdruck der erste nämlich schon fertig fertig okay der erste dinosaurio ist fertig okay dann packe ich jetzt mal wie viele dino's brauchen wir denn da wie viele dino's wie viele wie viele skelette es gibt ein paar also ein mammut oberkörper aber wenn ich mir das mammut so angucken du das das ist ganz schön viele ähnlichkeit mit dem ding du bist auch so gut gebaut ja alles klar alles klar ich stelle keine weiteren fragen okay okay ich stelle jetzt muss man den kack schon mal auf die hara willi zur raptor da haben wir doch vorhin auch noch einen schwanz gehabt das ist plasiosaurus hara mammut oberkörper mosermut oberkörper na und shuta mara mammut oberkörper ich bin gar nicht da Achso. Bist du in der Dingsbums, in der, ähm, 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 Museum? Genau, ich bin im Museum und stell grad. Oh. Warte, ich hab hier noch ein bisschen Stuff für dich, du, wenn du möchtest. Das, äh, ups, hallo. Hier und das, das. Warum? Ah, jetzt alles. Hier und da und tralala. Warum schmeißt du das nicht raus, so ne Kacke? Mammut? Jetzt aber. Äh, das ist auch noch Mammut. Ich scheiße mich aber voll, du. Ja, und das ist noch nicht mal alles, du. Lass mich raten, du bist schon an meiner Maschine vorbeigelaufen und hast auch alles aufgesammelt. Natürlich. Das ist kein Passieren, du. Warst du das jetzt? Äh, an Skeletten warst du das ja. Ich hab jetzt eben noch Fußabdrücke und Ammoniten und Bärensteine und sowas. Okay. Aber die Maschinen sind halt auch noch nicht durch, ne? Die laufen halt noch. So, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall Mammut mit drin. Oh, was ist denn das? Der hat ein Ei rausgeschmissen? Oder was ist denn das? Nee, der ist ein Stuhanschein drausgeschmissen. Ich platziere das jetzt hier gleich mal mit drin. So, dann ist es da auch platziert. Brauchst du noch Armoniten und Bernstein und sowas? Oder Fußabdrücke? Aha, auf diesen Moment habe ich gewartet. Die Funde für die Sammlung müssen erfasst werden. Kommt jedes Mal, wenn du einen neuen Fund hast, Fund machst zu mir. Ich gebe dir dann Wollen, Enzyklopädie-Punkte dafür. Okay. Wollen wir brauchen die Punkte? Fantastisch. Zur Feier dieses ersten Meilensteins habe ich ein Set mit fünf unbearbeiteten Fossilien vorbereitet. Ähm. Äh. Toll, ich habe ein... Oh nein. Edel Vitrine. Ja. Äh. Äh. Er scheißt mich gerade voll. Ja, ich seh schon. Jetzt bist du dran. Nee, ich... Ich habe aber nicht genug Platz in der Tasche zum vollgeschossen werden. Komm. Oh, auf diesen Moment habe ich gewartet. Und... Ach, hast du eigentlich schon vorgelesen? Ja. Okay. Ja. Aber ich will jetzt auch vollgekackt werden. Komm, kack mich voll. Und war, weil du bist Fossil. Fünf Stück. Ja. Okay. Hexe im Mondlicht. Hm, weil diese Hexe im Mondlicht. Oh, so wie dann... Äh, diese Vitrinen. Das war ich. Ja. Warst du schon? Ja. Mehr da bloß die komischen Edel Vitrini. Gehebis. Und das ging's. Okay. Wieso? Ich will noch mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Aber was mache ich mit den scheiß Vitrinen jetzt? Alter, mein Inventar ist so vollgeschossen. Hihi. Äh. Ich weiß nicht, müssen wir dir hier auch irgendwie noch aufstellen, oder? Ja, das ist es. Ja, das muss alles im Ding stehen. Schau mal raus. Ich glaube nämlich, dass sie die Anforderung vom Museum geändert haben. Äh, Museum, Buch... Äh, da ist das Schild. Da agieren. Fertig, fertig. Nee, ist alles da. Warte mal, Stufe 1 ist... Entschuldigung. Stufe 2. Äh, da fehlen noch zwei Gemälde. Mhm. Und der Rest ist dann fertig. Ja gut, wir können da eigentlich die beiden Hexen-Dinger da reinschmeißen. Warte, warte. Was ist hier noch mal... Ich hab nur ein Gemälde bisher. Das ist auch eins. Ja, genau. Toll, jetzt hab ich zweimal die Hexe im Mondlicht. Ist ja egal. Okay. Aber die Hexe im... Oh, hoppala. Die Hexe im Hoppala. Die Hexe im Mondlicht. Ja. Nein, ich will nicht den Hammer ausstellen. Ich auch nicht. Wieso sollte ich meinen Hammer ausstellen? Das ist ja ein Hammer. Ja eben, dein Hammer ist doch der richtige Hammer. So, jetzt hab ich die blöden Forscher-Sachen. Ich glaub, die Hexe im Mondlicht kommt zu uns. Äh, dann kommt das noch hier hin. Oh Gott. Ein Gemälde zu wenig steht hier jetzt noch. Keine Ahnung, wieso? Ja, weil ich glaube nicht, dass es zweimal die Hexe im Mondlicht gilt, oder? Scheinbar nicht, also... Schau mal. Ich hab jetzt die zweite noch aufgehängt. Doch, wunderbar. Okay. Wir haben gerade Besuch gekriegt. War, äh, da, hinter dir. Ja, ich hab schon wieder... Was? Wo? Ne, muss grad wieder folgen, ist aber von Valen. Ja, ich hab grad mit ihm gesprochen, er wohnt jetzt hier. Ach so. Ja, ja, der wohnt jetzt hier. Parasaurus, Stegosaurus, haben wir auch Stegosaurus, Popo oder so? Im Stegosaurus? Wenn ich dir keinen gegeben habe, dann... Ach so. Doch, Hammer. Mie, miep. Ja, das hab ich gemerkt. Ich hab gemerkt, wie du durch mich durchgelaufen bist. Ich bin noch gar nicht durch dich durchgelaufen. So. Ah ja, ich wollte noch in die Küche. Oh Gott. Ja? Äh. Was denn? Also. Velizoraptor-Schwanz, Mosa, Pesium, Patriceratops, Körper. Velizoraptor-Körper. Okay, dann haben wir hier den Schwanz. Das ist nur ein verhältnismäßig kleiner Dino. Okay. So. So, dann packen wir den nämlich schon mal. Scheißblumen wieder. Nein, das ist kein Scheißblumen. Das ist, äh, Blumen ist aber was Schönes. Ach du Scheiße. Okay, das ist weg. Mammut kann weg. Dann Pläsio, Mosa, 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 Saurio kann weg. Das ist der Pläsio. Pläsio, Pläsio. T-Rex-Körper kann auch weg. Ich schau grad, ob ich noch mehr Pläsio hab. Ich fahr grad noch mal ganz kurz zu Hause, dass, äh, der ganze Schub ist voll. Ja. Ich, äh, ich weiß das. Kann ja ein bisschen was hinschmeißen, wenn du möchtest. Nein, ich sortier grad noch aus. Hör mal auf jetzt. Ach so. Okay. Okay, da geht so nicht hin. Dann so. Und dann nehm ich den Schwanz. So. Du nimmst den Schwanz? Ich nehm ihn in den Mund. Okay. Das, äh, ich glaub ein bisschen komisch, du. Warum nimmst du den Schwanz in den Mund? Warte mal. Ich wusste gar nicht, dass du dich erinnern möchtest. Da ist ein Flügel. P, T, Para, Triceratops haben wir auch noch. Triceratops haben wir, doch haben wir jetzt. Oh Gott, wie viel sind denn das noch? Äh. Wer hat sich denn so ein Scheiß ausgedacht? Das weiß ich nicht. Okay, der Triceratops hat bloß so einen kurzen Schwanz. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier noch von dem einen die Flügel. Von welchem? Äh, von dem einen. Ach so. Nicht vom anderen. Warte. Der ist, da geht, glaub ich, ein bisschen weiter raus. Das ist, glaube, da. Wenn du bei irgendjemandem was brauchst, also irgendein Skelettteil, dann sag Bescheid. Ich hab ja noch ein bisschen Stuff jetzt in der Tasche. Ja. Okay. Da bist du. Von dem, hast du von dem... Wie heißt er? Äh, Pt Arandon. Vielleicht nur den Körper oder so? Pt... Warte, ich hab schon wieder keinen Ton. Warte kurz. Moment, mein Ton ist jetzt wieder da. Peter Flügel, ne, ne, Ei, Steg, T-Rex, Mut, Neplay, noch mehr Mammut. Mammut, T-Rex, äh, Veliziraptor und... Wie hieß das Ding? Pteranodon? Ja, genau. P-T-T-T-T, warte. Ähm, Pterandom, was auch immer. Wenn ja, dann kannst du den Körper platzieren. Da bin ich grad hingeschmissen. Äh, der liegt jetzt grad vor mir. Ja, platzieren doch. Das ist der Kopf. Der Kopf brauch ich nicht. Den kannst du verkaufen. Aber den Kopf haben wir ja hier schon. Wir brauchen praktisch den Flugsaurier und dann den Schwanz noch. Hm. Nee, mehr hab ich davon nicht. Okay. Ich verkaufe jetzt mal die ersten Skelette, damit die weg sind. Naja, meine Tasche ist komplett voll und ich weiß halt nicht, äh, was wir davon jetzt schon haben. Wird nicht, du. Das war... Plesio... Plesio hat man, glaub ich, schon, ne? Äh. So. Ja. Äh. Jojojo? So. Ja, ich versuch hier grad. Okay. Ich hab jetzt mein Inventar, bis auf diese Sachen, die er mir jetzt noch zugeschmissen hat, so ziemlich geleert. Hey, Chester, anscheinend hast du ein paar interessante Taten verbracht. Hier ist dein Geschenk zum... Äh. Oh, scheiße. Ich hab's gewagt, die Farm-Fan anzusprechen. So. Ich lauf nach Hause. Warum? Ich hab's geschlafen. Oh, halt. Hm. Okay, das ist schon... Vier Tage im Herbst. Wassermelonen werden im Sommer gewesen. Ja, wir haben... Aber gut, ich sag mal... Ich hätte noch... Äh, fünf Tage. Nee. Ja, aber keine 13 Tage, dass die Wassermelone wachsen kann. Nee, das stimmt. Eben. Da haben wir dann Baum. Baum. Das wär auch Sommer. Dann... Hm, das könnte man so machen. Goldne da rüber und da das hin. Gut. Ähm... Dann hab ich noch ein Sternteil und irgendwelche komischen weißen Rosensamen, was auch immer ich damit will. Oh, weiche Rose. Nein. Was ist dein? Oh nein. Ich glaub, du bist ein bisschen voll, du. Äh... Und hier oben geht's noch weiter. Lach hier doch nicht so vollkacken. Ich schau jetzt gleich, ob ich was in den Taschen hab, was ich nicht brauch. Ich glaub, wir müssen vorher schlafen gehen, bevor wir mal müde sind. T-Rex. Ja, ja, wir gehen gleich, warte. T-Rex verkaufen. Edelvitrine. Hast du mir grad die Edelvitrine hängeschmissen? Ich hab die gar nicht hängeschmissen, aber ja, ich hab da... Äh... Das sind die von mir, ja, genau. Stegosaurus. Äh... Musa. Das war... Velociraptor. T-Rex. T-Rex-Kopf. Oh, ein Pils. Kann ich's bei dir auch reinschmeißen? Nein, diese Verstand... Diese Verstandsstation gehört dir nicht. Mimimimi. Okay, ich geh jetzt schlafen. Okay, darf ich mitkommen? Ja, bitte. Komm mit. Okay. Gute Nacht. Oh, ist ein Kuscheltier dabei. Ich geh jetzt auch... Himmels. Oh, ist ein Kuscheltier dabei.